Herzlich Willkommen zu einem kleinen Review zu der Handysocke von Handysocken.ch Nochmals vielen Dank an das Team, die mir hier diese Tasche zur Verfügung gestellt haben. Und gut, ich werde euch jetzt mal ein bisschen die Tasche zeigen. Also ich finde diese Tasche schon mal sehr schön von der Farbe her. Die fällt auch überall auf. Es ist nicht so schlicht schwarz. So, die ist komplett grün. Außer hier dieses rote kleine Bändchen, wo Fouf draufsteht und auf der Rückseite Foufshop.com. Also das finde ich auch schon mal sehr stylisch. Ja, also das ist so ein bisschen geriffelt. Und wenn man so drüber fühlt, ganz weich. Also kratzt nirgends wo in der Hosentasche. So und hier drin, ihr könnt es sehen, Fell. Das finde ich auch sehr schön an dieser Socke, weil es hat kaum eine Sockeart Fell innen drin. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, den iPod da drin. So, wir tun es da rein. So, ihr seht, passt perfekt. Ähm, Der iPod ist komplett verschlossen. Hier, wenn man zudrücken würde, da kommt nichts mehr dran. Das ist, wenn man nochmal draufklopft, da kommt man kaum an den iPod dran durch diesen guten Schutz von dem Fell. Dann kann ich nochmal fallen lassen. Man hört nicht, dass da irgendwie was kaputt gehen würde oder so. Also wirklich sehr gut geschützt, der iPod. Ähm, Er zerkratzt nicht, weil das ist sehr weich hier da drin. Und die Socke hat eine klare Kaufempfehlung von mir. Schaut auf jeden Fall mal bei Handysocken.ch vorbei. Da gibt es tolle Socken. Wie Hiti hier. Oder auch noch viele andere. Ähm, Hiti ist jetzt speziell fürs iPhone oder iPod. Ähm, Die Tasche würde 14 Euro kosten, aber es ist auf jeden Fall wert. Weil man hat einen perfekten Schutz. Und ja, schaut einfach mal bei Handysocken.ch rein. Tschüss.